Willkommen zurück zu einem neuen Part von The Tales from the Borderlands. Cooper ist wieder da, Daniel ist wieder da und was kann denn alles so schief gehen? Mal schauen. Ach was, da kann doch nichts schief gehen. Nein. Wie viel ist denn auf unsere Reise schon schief gegangen außer fast alles? Ja. Sehr gut, Reese. Ja, den kann man gut fragen. Hm. Haha. Perfectly fine, hm? Hm. Hm, also den Cliffhanger hier. Mal schauen, was sie so gefunden haben. Muss irgendwas schon sein. Warum er vor allem erstmal ins Loch geguckt hat? Hm. 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 Ja, auf jeden Fall. Ja, ich dachte gerade schon. Hm. 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 Vielleicht habe ich ein Mensch in der Gast bin, der gerne eine Ausschleunentscheidung betrifft, aber irgendwie, wenn ich mit diesem Punkt hier war, ich relativ human. Warst du zu nahe? Nein, aber du glaubst, wir waren. Der hat eine komische Beziehung. Oh, etwas weniger. Oh, gut, dass er gerade nicht da ist. Du spendest eine bestimmte Menge Zeit mit jemandem. Du bekommst eine Seite von ihnen, die du vielleicht nicht erwartet hast. Das ist ein Mark. Also, was du sagst, ist, er war wirklich in den Gutsch. Genau. Okay, fliegende Quallen. Und wieder mal ein Ort, der einfach mal wieder wunderschön ist. Ja, sieht echt gut aus. Aber ich würde auf diese Quallen-Dinger drauf, was bestimmt... ...elektrisch giftig. Ja. Ja, du hättest es auch wählen können. Ich habe nie etwas wie es gesehen. Ich auch. Mal sehen, wo das geht. Mal sehen, vielleicht kommt es ja noch zu. In einer der späteren Episoden. Oder irgendwann später. Ja. Aber sie nähern sich schon. Wir sind ziemlich hoch. Sehr hoch. Ich könnte übrigens sagen, was du vorhin an die Eingung vom Panzer zwischen den Beinen. Da hätte ich vorhin sagen können. So, ähm... Der Planet kann manchmal wunderschön sein. Dann so... Dann musstest du mal sehen, wie der Planet von oben aussieht von Helios. Da ist schon aus wie können, er sieht von oben absolut schrecklich aus. Oder er sieht einfach von oben... Es ist eines der schönsten Ausfliege, die du gesehen hast. Okay, komm. Okay. Ich glaube in dir, Rhys. Wow. Du hast auch noch mal die Beziehung ein bisschen verbessern können. Genau. Okay. Geh Zeit. Hey, ja. Das war... Nein. Wenn du glaubst, das war schrecklich, dann solltest du versuchen... Oh, super. Oh, super. Die Viecher kennen wir auch von Spaulderns. Zwei. Eins. Das weiß ich. Ich hoffe, ich hab mir mal Bugspray dabei. Okay. 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 Joder. Ich bin schnell. Okay. Ich meine vorne. Ich bin schnell auf. Ich bin schnell auf. Ich bin schnell auf. Ich werde das bisschen noch mal verformulieren. Ich werde das bisschen noch mal verformulieren. Ich werde das bisschen länger nehmen. Ich werde das bisschen länger nehmen. Ich werde das nicht mehr verformulieren. Reese, ich lasse mich. Es gibt keine Chance, dass du das mit mir mit dir befestigst. Nein! Es gibt keine Chance, dass du dich selbst verbringst, Sascha! Du musst mir vertrauen! Wir holen uns davon! Sascha! Sascha! Nein! Nein! Nein, lass sie nicht fallen! Es sind nur eineinhalb Meter. Ja, okay. Sie hat gesagt, er soll nicht nach unten. Okay, wir gehen runter. Und für den Grund, ich habe das gewechselte Rolle. Oh, wir haben es geschafft. Well, tecnicamente fallen wir immer noch. Ich werde es überraschen. Ich werde es überraschen. Ja. Ich werde es überraschen. Ich werde es überraschen. Also, die Türenkontrollen, die wir nachher kommen müssen, sind zurück da. Ich glaube, wir werden die scenische Route gehen. Wie gut war das? Das war echt witzig, so, NO, LASS NICHT LUS! Das war witzig. Ich frag dich! Hmm, sieht er wenn ich wie normale Trees ist Ja der Baum ist halt gewaltig, der schlägt auf die Frames Ja sicher Ja ist halt Overgrown Ah, Loot, Loot, Looten Loot nur Level Ja, ich meine ich meine ich meine Hier noch mal einen Haufen Geld, der wahrscheinlich nur 200 Dollar ist, oder? Ja oder 300 Sieben, acht, neun, neun 200 wirklich, ja Wow, das ist, äh, das ist eine große Frucht Ich weiß nicht, was ich gesehen habe Er braucht das und alles andere, bevor wir unsere Räume ausfüllen Ja gut möglich Ja, ich weiß schon Plant Cage Guck mal an das Natur hat alles ausgewachsen Ist der aus dem Ding rausgewachsen, oder was? Wahrscheinlich Oh, an was erinnert mich, die Pflanze da im Hintergrund Na, die Fleischbeste Pflanze Was ist das Ding? Das ist eine Möglichkeit Hm, nein Das, was wir holen mit der Atlas Facility da in kleinen Format hatten, haben wir jetzt in der Originalgröße Du brauchst mehr als das Ich brauche nichts anderes Ich kann es auf meinem Schlauch Ich wähle verschiedene Elementale-Effekte Das ist ja auch voll die Durchschlag, voll die Durchschlagswachen mit einer einzigen Bullet Wow Felix legte Trainingswände auf dieses Ding Er hat dich zurückgehalten Was, war er Angst, dass ich mich verletze? Da Da Nicht mehr Elementale Burnout Und wenn du Angst hast, über die Kugel Oh Okay Damit wär das Ich glaub Die Sache mit der einen Kugel auch ein bisschen geregelt So, jetzt ich... Jetzt gehst du es runter geht Jingle Blau, Rot Wo Ja, gut mit Rot Blau mit Blau Jo Juu Ich werde dich töten! Du solltest du etwas tun! Du musst nicht helfen! Das ist normal, wir werden von einem großen Blanz ergriffen. Erstmal Smalltalk. Das ist so unmöglich, oder? Ich habe übrigens das andere gewählt. Da hättest du die Pflanze heruntergezogen auf so einen Stein oder so eine Nadel oder was, oder irgendwie sowas. Die Samythafina war aber gleich gewesen, die werden dann gekommen und hätte es mit dem Schwert draufkauen. Meine Schwester fühlte sich so ähnlich wie bei meinen Exploiten, bis ich sie verabschiedet wurde, um sie zu verabschieden. Du bist so schlecht bei der Gespräche. Ich, ich wusste, es war weiblich. Ach was, die kann doch Smalltalkisch, die Frage nicht. Du bist so schlecht bei mir. Entschuldigung über das. Smalltalk, desto schneller wir können, Gordys, desto schneller wir können. Wenn jemand über deine Schwester redet, redest du so wie du deine eigenen umgebracht hast. Richtig guter Smalltalkie. Und wie geht es zu deiner Schwester? Ja, die habe ich vor einiger Zeit mal umgebracht. Wie ist die Uhr? Der Blick! Der Blick von Ries konnte gerade so mega viel. Das ist hübsch. Voll los, Ascha. Ja, komm schon, dass man da Romantik auszuhählen konnte, zeigt schon, was hier, was in den nächsten Episoden sich entwickeln könnte. ARGH! Ja, Touch. Werden wir Klug-Talk oder irgendwas? Ja, flieg davon weg. Oh, die sind ja so toll auch. Nach einem Zeitpunkt fühlst du einfach so, dass du alles gesehen hast. Du kannst nicht mehr überrascht werden. Du kannst nicht mehr überrascht werden. Ach komm und mach es. Warum sollte man die behalten? Das macht keinen Sinn. Vor allem nicht in der Situation. Du kannst nicht mehr überrascht werden. Du kannst nicht mehr überrascht werden. Okay. Und hier geht's. Oh, danke. Wie schaue ich? Oh, fuck. Oh, okay. Oh, oh, die Ding ist wirklich die Fenster. Ich dachte mir schon. Die sehen zu nett aus. Ich glaube die Ding, was auf seinem Gesicht ist, macht jetzt Akko oder so. Ich fisch das mal weg. Ah, was? Es ist halt nicht so, als könnte man kurz den Ärmel nehmen. Ja. Natürlich. Oh, ich wusste, dass die schocken, ey. Over there! Wobei eigentlich hättest du an dem Satz schon nicht kennt. Ich könnte jetzt was sagen. Ja, eigentlich schon ableiten können, dass die aggressiv werden. Wobei du es ja eh schon gedacht hast. Na gut, es war auch irgendwie zu obvious. Ja. Ah, Rhys. Es gibt keine Kraft. Hör auf. Ich glaube, ich kann es anfangen. Ja, ich kann es anfangen. Ja, ich kann es anfangen. Wow, dieser Speed. Scheiße. Mit 2 kmh. Hm. Das ist weird. Wahrscheinlich können die nicht sich diesem Lift nähern. Da. Ja, bestimmt. Hey, Territ. Ah, was zur Hölle? Ich dachte, Rhys hat sich das anzunehmen. Du kannst es sich selbst anzunehmen. Oh, Crap. Hi, Janie. Haha, ihr Freundin. Ja. Woher bist du? Geh auf. Darling. Die Situation habe ich übrigens auch, auch wenn ich ihre Freundin nicht gesehen habe. Ich erklärte dann, dass sie ihre Freundin war und so. Okay. Das klingt wie das. Ich bin nicht jemanden zu töten. Es ist nur das Schutzjob. Erinnerst du das, was ich dir gesagt habe? Uh-huh. Ich habe das. Hatsch. Ja, aber... Verlust es. Lass uns einfach weitergehen. Ja, wir müssen weitergehen. Oh, wir müssen weitergehen. Es sieht aus, dass dieses Stück von Türen wahrscheinlich sofort rauskommt, wenn wir unsere Freundin schlagen hätten. Es ist. Es ist. Oh, nein. Ich habe das. Ja, normal. Ich meine, trägst du kein Auge mit dir rum. Das ist doch normal, ne? Ich meine, trägst du kein Auge mit dir rum. Das ist doch normal, ne? Ja. Es kam in Handy. Das ist so wunderschön. Du trägst das herum, ist das wunderschönste, was ich je gesehen habe. Und ich habe viel gesehen. Es ist nicht so. Oh, mein Gott. Ja. Ja, es ist. Da muss ich auf Bina leider recht geben. Das ist ziemlich komisch, aber... Es hilft uns am Ende. Sie hat schon damit gerechnet, dass wir irgendwann zum Sicherheitsding kommen und das Auge benutzen müssten. Ja, da hat sie auf jeden Fall drin gedacht. Ja. Der Fahrstuhl, der ist so gefühlt in jedem Spiel vorkommt, ey. Ja. Wir sind schräglich nach unten faschen. Was haben wir denn da so alles? Halo? Diese Frau, glaube ich, auch. Das ist wunderschön. Ja. Gute Druck. Lass uns das holen und gehen. Ich weiß nicht, dass er sich an die Turrets kümmert. Damit war er auch nicht gemeint. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir sind zusammen. Alles okay? Schau die Turrets! Kannst du mich hören? Schau sie jetzt! Okay, gut. Los geht's rein! Das verdammte Ding, das ich nicht gesehen habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht aus seinem Gesicht, Junge. Das geht mir grad auf die Eier, ey. Oh, wow! Okay. Well... Well... Whatever you gotta do, you should probably do it faster than you were planning. Ja. Ja. Ja, erstmal angucken. Erstmal Zeit verschwenden. Connect the security nodes. Okay, this should be easy. Just need to match the circuits from security systems and... Rhys, what are you doing? I'll do better. The goal is to connect the security nodes. What exactly are you doing? Well... I'm trying to patch it too secure. I don't know. There are a lot of different systems here. Yeah, something like a memory, right? It's a joke. What? You see that symbol on the top right corner screen? See, that's what I'm looking for. Hey, I don't see anything. Hey, I don't see anything. Okay, what is that? I just have to go through all these and they're not labeled. And it's hard. Okay. Okay. He's captured it. Are you done doing your thing yet? You see me working, right? Turn this bat. There we go. Oh, crap. Sasha, look at this. He's an... Atlas Scientist? Oh, this is not good. Come on! How should he else in a Atlas facility rumhängen, if he's not for Atlas is? Of course. Always Google. Oh, I really like that. Oh, my God. Oh, my God. At this point, I'm going to your light and then I'm going to one of the other enemies. Oh, my God. Oh, my God. Ich habe es! Schraube deinen Schild mit der Pfeil, damit es riecht und sie alle zerstört. Und was passiert zu uns, wenn es keine Schild gibt? Stopp den Turrenfeier! Oh, genau. Warum das macht Sinn? Fiona besticht mit guten Ideen. Grab die Gordes-Upgrade, schnell! Ähm... Ja, ich würde was passieren, sonst gibt es nichts. Ich denke mal, worauf zugehen, ey. Looooongsam... Ganz langsam... Ich glaube, das ist die Anlage, Jesse. Ich habe keine Idee, was es macht... Es bringt uns einen Schritt näher zu einer Schild. Ist in the World Warfare, finde ich auch die beste Frage überhaupt. Ja, genau! Das ist das, was du recherchst? Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, was sind die Wahrheit, dass du das Stück findest? Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. Glück. Uh-huh. Das ist die Idee. Das ist die Sache. Klar, du kennst, was passiert. Wenn ich alles wusste, dann würde ich nicht hier sein. Ich sage, ich würde dich töten. Ja. Wir verstehen es. So, mal schauen, was es die bringt. Oh, du hast es geschafft! Ha, wunderbar! Hey! So, that thing you wanted me to look into? About Cassius? Ja. Du hast es geschafft. Und du musst auf die nächste Teil des Lebens. Du bist ziemlich stolz, um uns rauszukommen. Nein! Nein! Es ist nicht so. Es ist nur, dass wir nicht, ähm... Wir müssen uns mit einer anderen zu sein sein. Also... Well... Vielleicht... Ich sollte dann derjenige sein, um zu leben. Was ist passiert? Ähm... Oh, Rhys hat einfach einen Spill genommen. Er ist... Er ist total gut. Er ist ein Spill. Gut. Oh. Gut. Wir haben etwas gelernt. An Cassius. Warum schreitst du mich? Er arbeitet für Atlas. Ihr lying Atlas shit! Uh oh. Woah, woah! What are you doing?! Fulfilling eine obligation! Why ist everyone so excited? What's happening? Ich wusste, dass das Tag hierhagen wird. Huh. Du hast dir dein Zeitpunkt genommen. Ja, deine Zeit wird bald schon wieder. Das könnte knapp werden. Deswegen... Willst du es zulassen? Ah, der ist doch wegen zu sterben. Aber nicht. Alter, schwere Entscheidung. Und wie ich mich entscheiden werde, sehen wir im nächsten Part. Das ist echt schwierig, ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Bis dann. Ciao.